das ist ein schmackhoffatz auf dem schiff gegenüber sind heiße tryhards hast du gesehen kommt kommt doch nicht fahrig ich guck jetzt sofort die grundaggressivität und das selbstverständnis dieser fahrradfahrer die denken die straße gehört ist mir auch scheiß egal ob ich damit schitzung bekommen und die leute sich aufregen die ganzen fahrradfahrer der fahrer gehörte ich auf die straße gehören auf den weg da rechts und links dann hat 30 jahre gut funktioniert bis die ganzen ökos und den ganzen grünen die scheiße hier fahrer mehr rechte da fahr einfach links und rechts und denk mir am arsch ein mädchen kommt von hinten und zieht ihr dann am zopf ein anderes mädchen filmt alles mit wie sie sie beschmieren mit lippenstift sie sagen ihr mädchen mach mal nicht auf rich hey da steht doch extra mein name drauf aber meine auch oder was deine mutter hat sich umgedreht und da war sie immer noch jetzt entschuldigen sie mal meine wortwahl aber sind sie noch ganz dicht was ist mit dir du komischer gockel digga also sportsfreund jetzt vergreifen sie sich aber im ton was für ton digga sie zu dass du land gewinnst sonst sonst werde ich auch mal meine andere seite zum vorschein bringen und das willst du nicht erleben glaub mir das ich glaub ehrlich nicht ich bin schon auf 190 ziehleine ziehleine dann sei kein waschweiber so ein geschwätz so ein geschwätz weichei richtiges weichei bist du was möchten sie trinken ich brauch keinen alkohol um glücklich zu sein ich sehe dein vodka und auch ein bisschen wein ich sehe dich mit deiner scheiß kippe tut mir leid dass ich nicht so ticke was reimt sich auf krass entschuldigen willst du mischeiraten von deutscher fahrt ich hab selten schlau wie ich den gehabt ne das ist total ehrlich will sie man grüßen mit soll ich grüßen ja irgendjemand den du gern hast ich grüße maria maria wenn du das video und sie ist wen grüßt die hat mich gerade gegrüßt das muss doch keiner wissen ahahahahahahahahaha alter die ist so blöd er ho percentage Oh, was ist jetzt passiert? Okay. Sehr gut. Und wenn du willst, kannst du auch... Hi, bambino, buongiorno. Hallo, ist Marco zu Hause? Marco ist ihm nichts zu... No, Marco ist zu Hause. Marco ist zu Hause? Darf ich rein? Bitte, bitte. Okay. Nimmst du bitte Pantofola? Ist ein bisschen kalt, weil... Stromkosten ist teuer. Ja, bei uns auch. Ja. Haben wir Essen? Ich habe Essen gemacht. Ich habe Spaghetti. Willst du Spaghetti? Oh, voll gerne. Aber heute habe ich keinen Hunger. Ich habe für dich Spaghetti gemacht. Kommst du Spaghetti essen? Sie wussten gar nicht, dass ich komme. Das ist gar nicht für mich, oder? Ja, war bene. Willst du kein Spaghetti, haben wir Pizza. Ich mag gar nichts essen. Können Sie Marco rufen? Ähm... Marco? Hallo? Wie geht's hier? Was machst du denn für'n Scheiß? Wie, was machst du denn für'n Scheiß? Wir suchen hier Rap-Talente, Gesangstalente, was ist los, Junge? Wie, aber du... Ich habe gerade irgendwas zugeguckt. Ich habe gerade irgendwas eingeschaltet. Also was? Die Leute rappen vor und dann? Die Leute rappen vor, singen vor und haben dann die Möglichkeit, hier am Ende was zu gewinnen. Du hast da Pfeile im Kopf. Ja, Wahnsinn. Was ist denn mit dir? Kannst du rappen? Nein, weil ich hab'n Truck gemacht mit Ekko mal. Und? Kannst du deinen Part auswendig? Nee. Ich weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Warte mal. Ähm... Weißt du, die letzte Zeile war... Ähm... Alle Mittel finden hoch, Leute. Fick die AfD. Du bist weiter! Einen Applaus für Elias Embarikas. Wer so ne Zeile rappt, der kann nur weiter sein.